In der 28. Spielminute kommen wir an den FC Bayern München. Schöne Vorarbeit von King Coman und der Torschütze war unsere Nummer 18, Leon. Schöne Vorarbeit von King Coman und der Torschütze war unsere neue Spielstadt, FC Bayern München. Schöne Vorarbeit von King Coman und der Torschütze war unsere Nummer 18, Leon. Schöne Vorarbeit von King Coman und der Torschütze war unsere Nummer 18, Leon.